Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht genau. Oh doch, wir machen hier mehr Asteroiden rein. Asteroiden? Asteroiden. Oder Katamarane. Auch die. Bam! Bam! Und wo bleibt jetzt der Planet? Ja, entschuldige mich, ich muss erstmal noch ein paar Asteroiden machen. Dauert es in echt auch so lange einen Planeten zu machen? Ah, guck mal, jetzt muss ich mir das Material aber wieder zusammensuchen, dass ich... Ich muss erst wieder ein Asteroiden machen, dann muss ich den mit der Gravitation wieder einsammeln. Wow, und jetzt fängt es schon wieder von vorne an? Oder darfst du jetzt was hinzufügen? Ich muss noch mehr hinzufügen, aber es ist noch zu klein. Oh. Ah ja, jetzt haben wir da Wasser und Söhne. Gut, dann hast du gut gemacht. Dankeschön. Und was tust du jetzt dahin? Äh, jetzt rammen wir noch andere. Jetzt rammen wir da Protoplaneten rein. Protoplaneten sind was? Naja, die Vorplaneten. Guck. Und jetzt? Oh, jetzt brauchen wir Vulkane. Und hast du Vulkane? Ja, egal. Vulkane. Wir brauchen mehr Vulkane. Oh, jetzt haben wir schon Wolken gemacht. Ui, durch nur durch die Vulkane? Ja, die pusten wir. Oder pustest du? Pusten wir Vulkane? Oh. Äh, jetzt machen wir Bakterien ins Wasser. So. Los. Bakterien. Mach Bakterien. Mach Bakterien. Ja. Oh, wir haben schon Malotiten gemacht. Ja. Haben die nicht. Oh, ja, die machen Fotosynthese. Gut. Gut gemacht. Ja. Oh, wir haben schon Malotiten gemacht. Oh, ja, die machen Fotosynthese. Ja. Oh, gut. Und ich glaube, wir haben schon. Yippie. Wir haben ja Planeten kreiert. Super. Wow. Komm, jetzt gleich das Yippie. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Gib Gott auf deinen Ring.